Das wohnende Wesen Mensch ergibt sich daraus, dass wir nicht wie eine Schnecke schon mit unserem Haus auf dem Rücken durch die Welt ziehen, sondern erst sind wir nackt, unbehaust, obdachlos. Wenn man über den Zusammenhang von Wohnen und Glück spricht, dann ist es so, dass man sehen muss, dass die Wohnung eigentlich der Ort ist, den wir uns aneignen müssen. Wir brauchen nicht die eine Wohnung und die macht jeden glücklich, sondern es muss die Möglichkeit geben, dass sich Menschen auch in ihren Lebensphasen verändern können. Da unser Wohnen so sehr unsere Identität spiegelt, können sie am Wohnen ablesen, wie glücklich jemand ist. Unbehaust kommen wir zur Welt. Schnecken, die sich ihre Häuser erst noch suchen müssen. Das macht das Leben anstrengend. Andererseits, im Gegensatz zu einer Schnecke, kann ich einfach umziehen, wenn ich mit meiner Bude unglücklich bin. Aber was hat das überhaupt miteinander zu tun? Glück und Wohnen? Wie viel Quadratmeter brauche ich zum glücklich sein? Welche Einrichtungen und welchen? Blick aus dem Fenster. Wird mich die Stadt jemals wirklich glücklich machen oder brauche ich, schon evolutionsbedingt, Land, Weite und Natur um mich herum. Ich treffe zwei Menschen, die sehr unterschiedlich wohnen und trotzdem beide glücklich scheinen. Der eine, Matthias Heitzler, ist ehemaliger Modemacher, Makler und immer schon Architekturliebhaber. Deshalb lebt er in einem der spannendsten Plattenbauten Berlins. 135 Meter lang, 17 Stockwerke hoch. Im Corbusier-Haus, am Olympiastadion. Meine andere Gesprächspartnerin ist Patricia Sachau. Sie hat die Stadt hinter sich gelassen und lebt jetzt als Schäferin auf dem Land. Ihre Schaffarm hat sie Lücke genannt. Das ist Dänisch für Glück. Für die Wintermonate ist sie in einen kleinen Bauwagen gezogen, mitten im Nirgendwo. Im Westen von Berlin steht eine Stadt-Utopie aus den 50ern. Eine Wohnmaschine des französisch-schweizerischen Architekten Le Corbusier. Die sollte damals Wohnraum für 1200 Menschen bieten und eine eigenständige kleine Stadt sein. Bis heute wird Le Corbusier entweder gehasst oder geliebt. Für die einen sind seine Bauten menschenfeindliche Kopfgeburten. Für die anderen der Traum von der vertikalen Stadt im Grün. Irgendwo hier lebt Matthias. Hallo, was für ein seltsames Gebäude. Seltsam schön. Darf ich einfach reinmarschieren? Einfach gerade mal durchgekriegen und direkt schon mal die Aussicht genießen. Wow. Irre. Ist schön, oder? Ja. Seit wann wohnt ihr hier? In dieser Wohnung sind wir jetzt seit zehn Jahren, aber im Haus seit 32. Wir sind aber umgezogen. Sind die Wohnungen alle unterschiedlich? Die sind alle unterschiedlich. Das siehst du jetzt gleich. Komm. Ja, ich lauf einfach dahin. Genau. So und jetzt, das ist das Spannende, weil hier hast du dann ganz Berlin tatsächlich dir zu Füßen liegen. Also, für Corbusianer ist das immer wieder ein Hochgefühl. Corbusianer? Ja, wir sind Corbusianer. Und da ist da jetzt, vom Prinzip her ist jetzt dieselbe Aussicht wie drüben. Ah, das ist Olympia Stahl. Genau. Wie oben. Ah, ich habe dieses Call of the Void. Kennst du das? Dieses Gefühl von, was, wenn ich gleich runterspringe? Okay, nee, dann lass mal. Dann bleib mal da hinten. Ich mach's nicht. Wenn du hier im Sommer stehst, am besten am Abend, dann hast du hier einen Wahnsinnsblick durch das ganze Haus. Und das ist das, was diese Architektur so toll macht. Wir haben hier vom Prinzip her jetzt ein Haus in der Luft. Und dann hat er das gemacht hier, diese Rundung. Und die hat einen Grund. Der Grund für diese Rundung ist, damit kommt die Sonne zwei, drei, vielleicht auch vier, ich weiß es nicht, Minuten früher auf den Balkon. Er war Sonnenanbeter. Licht war wichtig für ihn und er hat das maximiert. Tageslicht ist natürlich was, was wir zum Leben brauchen und was uns auch glücklich macht und unsere Laune aufhält. Deswegen brauchen wir das weiterhin im Wohnungsbau, dass wir gut belichtete Flächen anbieten und auch das Thema durchgesteckte Wohnungen, also Wohnungen, durch die wir lüften können. Das sind weiterhin Themen, die relevant sind. Die klassische Moderne hat tatsächlich solche Faktoren wie Licht und Luft erkannt. Sie hat gesagt, Licht und Luft für alle. Aber tatsächlich versteht diese Architektur manche Bedürfnisse nicht. Ich kann Menschen nicht mit bodentiefen Fenstern der totalen Einsehbarkeit aussetzen. Das funktioniert nicht. Dadurch entsteht keine Gemütlichkeit. Genauso ist es mit den weißen Wänden und dieser sehr kargen Möblierung. Warst du immer schon Stadtkind? Ich bin am Stadtrand aufgewachsen in Freiburg und war aber immer sehr angezogen von Stadt. Wir sind Urbanisten und mögen eigentlich durchaus diesen vom Platz her etwas reduzierten Lifestyle. Dieses Wabenleben ist ja eigentlich nicht besonders natürlich. Es ist ja wirklich so sehr der Mensch im Kasten, dieses Urbane. Aber in jedem dieser Kästen ist ein völlig anderes Leben. Egal welche Tür aufgeht, es ist eine völlig andere Welt. Jeder baut sich hier im Grunde genommen sein Zuhause, um glücklich zu sein. Und dafür ist dieses Haus fantastisch. Könntest du dir vorstellen, irgendwann in der Stadt ganz den Rücken zu kehren, aber aufs Land im Alter und so? Da reicht meine Fantasie nicht aus. No. Never. Never, ever. Never, ever, 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 ever. Also es ist natürlich so, wir haben sieben Millionen Jahre lang in der Natur gelebt. Und eigentlich aus der Industrialisierung leben wir so zusammengefärscht. Und das ist natürlich nicht unsere Natur. Unsere Natur sind die sieben Millionen Jahre und nicht die letzten 200 Jahre. Da hat sich genetisch quasi nichts mehr verändert. Alles gut. Die kennt ihren Job. Gucken wir mal, wo die Schabe sind. Die Luchs holt sie mal. Aui. Die könntest du einmal hier so festhalten. Da in die Flanke. Den Kopf rumdrehen. Und da noch Papa. Yay! Und jetzt nach oben. Und jetzt nach oben. Ja. 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 Das ist ein Haken. Ja. Ein ganz viel Kraft, die Viecher. Ja. Obwohl das jetzt eins ist, was nicht ganz so viel Kraft hat. Was glaubst du macht das Land mit den Menschen? Was macht es, wenn man hier draußen ist? Also es gibt so Momente im Sommer, wenn ich mit den Schafen und den Hunden raus bin, dann fühlt sich das einfach wie ein großes Glück an tatsächlich. Es ist ganz viel Freiheit und so neben der Arbeit. Die darf man auch nicht vergessen. Ich bin einfach super gerne draußen und ich könnte es mir gerade überhaupt nicht mehr vorstellen in der Stadt zu wohnen. Glaubst du, das Landleben liegt ja irgendwie in der DNA? Du bist ja schon mit Schäfchen groß geworden, oder? Ja, mein Vater sagt, ich bin einfach zu viel mitgefahren, als ich klein war. Ich saß zu viel auf dem Beifahrersitz und bin dann infiziert. Ich hatte einfach so ein Ronjas Räuberstochterleben, muss ich schon gestehen, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Und ich glaube daher kommt das auch, dass ich einfach das wieder auch in meinem Leben haben will. Natur tut uns deswegen gut, weil in der Natur unsere Sinne berührt werden. Wir bleiben im fühlenden Bewusstsein und fühlendes Bewusstsein schafft immer eine Verbindung zur Fülle. Also wenn wir Natur und Wohnen stärker verknüpfen wollen, dann geht das auch in der Stadt. Aber wir müssen Mobilitätskonzepte neu denken. Wenn wir uns vorstellen, dass wir mit weniger Autos leben, Mobility Hubs haben, dann umsteigen aufs Fahrrad, dann kann man sich vorstellen, wie viel Fläche da eigentlich entsteht, die wir auch entsiegeln können. Da gibt es eine interessante Studie, die Menschen im Großraum London über ihren Tag hinweg immer wieder gefragt hat, wie glücklich bist du gerade? Das zeigte sich, dass ihr Glückslevel sich erhöht, wenn sie durch eine Straße mit Bäumen laufen. Der ist dann höher, als wenn sie durch eine Straße ohne Bäume laufen. Das Rascheln des Windes in den Baumkronen. Waldbaden. Das klingt alles sehr behaglich, aber ehrlich gesagt, ich habe überhaupt kein Talent für Natur. Immer wenn ich im Wald zelte, werde ich von einem Mückenschwarm überfallen. Nachts friere ich mich halbtot, beim aufs Klo gehen, setze ich mich garantiert in Brennnesseln. Und dann zieht plötzlich ein Gewitter auf. Das Zelt fliegt mir um die Ohren und es regnet wie aus Kübeln. Dabei war die Uridee des Wohnens doch eigentlich, sich vor der Unberechenbarkeit des Wetters zu schützen. Die frühen Jäger und Sammler, die jetzt vor 30, 40.000 Jahren gelebt haben zur Eiszeit, da müssen wir sehr viel aus Höhlen gefunden. Das heißt, die haben noch wirklich als Höhlenmenschen gelebt. Wohingegen zum Beispiel die Mesolithiker, also das waren quasi die Jäger und Sammler, bevor der Ackerbau zu uns kam, die hatten wirklich dann auch so eine Art Hütten. Also es ist nicht unbedingt ein Schutz vor Angreifern, so wie wir es dann im Neolithikum haben, wo wir plötzlich dann Wallanlagen haben und wo wir Zäune haben und wo sich quasi verteidigt wird vor potenziellen menschlichen Angreifern. Da war es halt hauptsächlich dann vor den Elementen, dass man sich auch vor der Kälte schützt oder vor dem Regen. Die Höhle des Homo urbaniensis von heute muss sich nur vor dem Wetter schützen. Sie muss viel mehr. Meine Persönlichkeit widerspiegeln. Statt Höhlenmalerei ein Pollock an der Wand. Statt Lagerfeuer ein fancy Induktionsherd. Statt Bärenfell Designercouch. Und plötzlich wird mein Leben noch komplizierter als es sowieso schon ist. Wie zur Hölle soll ich meine Wohnung denn einrichten, damit ich mich in ihr wohlfühle. Wo findet man sowas? Das war ein Laden, den gibt es leider nicht mehr. Also wir haben den gefunden, weil wir haben damals in Paris gewohnt. Und als wir dann dort waren, stand dieses Ding im Showroom. Wir haben uns aber beide schockartig in dieses Ding verliebt und haben gesagt, okay, von jetzt an werden wir eine orange Badewanne haben. Ich finde es auch richtig geil. Da drin zu liegen kannst auch zu zweit drin liegen offensichtlich. Ja voll, ist groß genug. Diese Waschzuber. Böse Zungen sagen ja, wir hätten eine Badewanne im Wohnzimmer stehen, weil die nicht realisieren, dass man hier zumachen kann. Aber eher im Schlafzimmer würde ich dann sagen. Ja, für uns war wichtig, dass eben tatsächlich immer noch etwas tagesdicht rüberkommen kann, durchkommen kann. Und wenn du hier früh morgens stehst, der andere nicht noch im Bett, dann reicht das auch völlig zum Duschen. Aber ihr hört euch ja immer. Wenn ich dusche, schläft mein Partner noch. Ich habe überhaupt keinen Geschmack. Das ist einfach Fakt. Es ist einfach Fakt. Gib mir mal so drei richtig lebensnahe Tipps, wie ich mit wenig Geld schöner wohnen kann. Der wichtigste Tipp, muss ich ganz ehrlich sagen, ist tatsächlich, also wir leben sehr nach dem Prinzip von Mies van der Rohe, less is more. Für uns ist nicht die Quantität der Quadratmeter wichtig. Für uns ist die Qualität der Quadratmeter wichtig. Wie du hier siehst, ist hier nichts verschenkt worden. Jeder Millimeter wird hier ausgenutzt. Und dadurch haben wir jetzt so einen aufgeräumten Look hier. Also erstmal alles weg? Nicht zwingend alles weg, nein. Guck dir deine Sachen an. Und wo sagt dir dein Bauch tatsächlich, Mensch, das Ding finde ich gut. Da hast du bestimmt auch irgendwas in deiner Wohnung stehen. Ja, ich habe einen Stuhl von meiner Oma und einen so ganz schön Schreibtisch. Genau. Das sind die Eckpfeiler schon mal. Das ist der Anfang. Und sie können natürlich durch eine bewusste Gestaltung auch ihr Glückslevel erhöhen. Wenn uns grüne und blaue Orte gut tun, dann können sie sich natürlich Natur in die Wohnung holen. Zum Beispiel klimatisch ist es so, wenn wir viel von Holzoberflächen und Lehmoberflächen umgeben sind, dann nehmen die Feuchtigkeit auf und geben sie auch wieder ab. Das heißt, dieses Thema zu klimatisieren, das wird möglicherweise gar nicht mehr notwendig sein. Und wir können, was die Technikstandards betrifft, eigentlich wieder runtergehen. Ich glaube, zum guten Wohnen gehört das Zuhause sein können. Also momentan ist es eben so, dass die meisten ihre teure Wohnung früh verlassen, arbeiten gehen, um das Geld zu haben, diese Wohnung zu bezahlen. Und dann abends nach der Arbeit dort hinzugehen, wenn überhaupt, am Ende vielleicht nur noch da schlafen. Zum Beispiel, ich suche eine Lampe aus. Die sieht ungeschönt aus, aber irgendwie sehen alle Lampen ganz schön aus. Erstmal danke. Ja, aber von mir ist es kein großes Kompliment. Das wird damit von allem beeindruckt. Du, wie gesagt, hier ist tatsächlich Evolution über die Jahrzehnte gewesen. Diese Lampe kommt von meinen Eltern. Die hatten meine Eltern in ihrem Wohnzimmer stehen. Die haben sie damals angeschafft, als sie ihr Haus nochmal verändert haben. Dito, die Stereoanlage, ich meine, das ist heutzutage ein uraltes Ding, aber sie funktioniert und ich mag sie und ich finde sie auch schön. Und so schleppen wir Dinge selbst generationsübergreifend mit uns rum. Es ist eine sehr, sehr schöne Wohnung, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie so muckelig ist. Was hältst du von diesem ganzen Hügelprinzip mit ganz viel Stoff, ganz viel Gemüt? Nicht für uns. Nicht für euch. Nicht für uns. Im Grunde genommen drückt die Toilette unser Lebensgefühl am allerbesten aus. Sie ist leer. Das ist nichts. Das ist gar nichts. Da steht eine Waschmaschine, da ist eine Toilette und da ist ein Waschbeckenpunkt. Wenn wir über Zukunft des Bauens oder Zukunft von Stadt nachdenken, dann glaube ich, ist die gar nicht so glitzernd und technisch und aufgeräumt, wie die Ideen der Moderne waren. Wenn wir uns angucken, wie wir in den kleineren Dörfern und Gemeinden gebaut haben. In Deutschland oder auch in Skandinavien. Da gibt es den Lehm aus der Umgebung, da gibt es das Holz, was im Wald nebenan gefällt wurde. Wir haben die Reetdächer viel in Skandinavien. Und das sind eigentlich alles Materialien, die wir heute wiederentdecken. Ich denke, dass die klassische Moderne ganz viel von den Menschen verstanden hat, aber nicht unbedingt alles. Und dass sich das an solchen Sehnsüchten wie zum Beispiel Hygge zeigt. Wenn Sie Hygge googeln, da sehen Sie dann die Fensternische, Sie sehen das Lammfell oder die Decke und Sie sehen das offene Kaminfeuer. Dass wir gerne von einem geschützten Ort aus zum Beispiel einer Fensternische nach draußen schauen. Ja, stimmt ja alles, alles korrekt. So, dann komm rein. Ja, mega cozy. Hier schlaft ihr? Genau. Hier haben wir ein kleines Bettchen. Ja, es ist noch alles ein bisschen im Umbruch, aber ... Smuckelig. Ist das noch ein Brennjagd? Ja, Joalsch. Aber schon wieder nicht. Ich habe es nachgelegt. Oh, okay. Ist die Milch noch gut? Ja. Das ist frisch. Was wäre deine Definition von Gemütlichkeit? Das hier. Ist das hier Hygge? Hygge? Ja. Das war mal Ofen und irgendwie ein Butterbrot und irgendwie die Tiere. Das ist schon schön, ja. Und viele Decken. Und viele Decken. Sehr, sehr viele Decken. Sehr, sehr viele Decken. Was braucht man denn wirklich an Komfort? Was sind so die absoluten Necessities, würdest du sagen? Wärme. Also mir muss auf jeden Fall warm sein, dann fühle ich mich wohl. An Komfort. Ja, was brauche ich denn? Klar, ein Bett. Mehr nicht. Mehr nicht. Ja, was zu essen, was Leckeres. Ja, und dann irgendwie noch mein Freund. Da passt die ja auch noch hin. Ja, genau. Aber glaubst du, es sind ja auch diese ganzen Tiny-House-Dinger und sowas total innen. Glaubst du, das reicht an Lebensraum? Ich weiß nicht, wie viel Platz braucht jeder. Das muss jeder für sich entscheiden. Ich glaube, wir brauchen weniger Platz, als wir glauben. Ich finde es cool, wenn man es schafft, es irgendwie sauber zu halten. Umso weniger, umso schneller bist du durch. Hat auch Vorteile. Du kannst dir in dem schönsten, größten Haus sein. Sehr, sehr unglücklich sein. Wenn du es nicht fühlst oder dich nicht wohlfühlst oder da keine Heimlichkeit, also so ein Heimgefühl hast, dann bringt dir das auch nichts. Das ist ja eigentlich wie, als hättest du den fettesten Garten der Welt. Begreifst du das so als erweiterten Wohnraum? Ah, interessante Frage. Also als Wohnraum sehe ich es glaube ich nicht, aber als Raum, wo ich bin. Was ich natürlich irgendwie nutze, aber wo ich auch einfach sein kann. Was wirklich nötig ist, wie viel Quadratmeter ein Mensch braucht, das ist sehr abhängig davon, wie viel Außenraum er auch zur Verfügung hat und wie viel Flächen für die Gemeinschaft. Wir sehen so ein bisschen bei diesen Tiny-House-Konzepten, dass es offenbar auch für Menschen funktioniert, sich mit einem sehr kleinen Raum zufriedenzugeben, wenn sie dann eben die Natur um sich herum haben. Es ist nicht möglich, wenn wir noch lange auf dieser Erde existieren wollen, dass jeder Mensch auf so vielen Quadratmetern lebt, wie wir das heute tun. Also es kann nicht sein, dass das jeder 150 Quadratmeter zur Verfügung hat. Was jetzt nicht unbedingt nur was mit dem Platz zu tun hat, der begrenzt ist, sondern auch mit der Energie und mit quasi dem Fußabdruck, den man damit hinterlässt. Wir verbrauchen im Moment das Vierfache von dem, was die Erde uns gibt. Wir sollten einfach darauf schauen, was passiert in diesen Quadratmetern. Und desto glücklicher sie beispielsweise in der Familie oder in der Partnerschaft sind, desto weniger Platz brauchen sie. Denn ich glaube, in unglücklichen Familien muss man sich viel mehr aus dem Weg gehen. Müssen wir vielleicht wirklich neu definieren, was Wohnen bedeutet? Klar hänge ich viel in meiner Wohnung rum, aber ich bewohne ja noch viele andere Orte. Mein Lieblingscafé, die Eckkneipe, den Park zum Picknicken mit Freundinnen, das Schwimmbad an heißen Sommernachmittagen. Was, wenn ich die ganze Stadt oder das ganze Dorf als meinen Wohnraum begreife? Corbusier hatte sowas ähnliches im Sinn. Er wollte keinen anonymen Bau für isolierte Individuen schaffen, sondern ein lebendiges Haus, das wie eine Stadt funktioniert. Mit Straßen, Einkaufsmöglichkeiten und netter Nachbarschaft. Wir machen jetzt eine Wanderung durch die Stadt, durch die Corbusier-Stadt. Die Flure sind speziell. Das ist irre, ja, es ist einfach so. Ich meine, du gehst das ganze Schiff durch. Das ist ein bisschen, könnte auch so ein Horrorfilm gedreht werden, wo das Telefon dann immer läuft. Einige Glückliche haben tatsächlich Fahrradständer hier im Haus. Das sind tatsächlich wirklich nur einige wenige Glückliche. Ewig lange Wartelisten. Wir fahren auf die Zweiten. Sind wir auf der Zweiten? Ja. Das ist immer das Spannende. Man muss tatsächlich jedes Mal, wenn die Tür aufgeht, gucken, was steht da. Guck mal, ein Weihnachtsstern-Workshop gibt es auch. Toll. Gemeinschaft. Das ist die sogenannte Vereinswohnung. Da ist mal den Sonntag Kaffee trinken, da ist ein Adventsbasteln. Wir sind viel zu spät. Entschuldigung. Grüß Sie. Hallo. Hallo. Hallo, grüß Sie. Hallo, grüß Sie. Mit Strandkorb. Oh, der Strandkorb ist ja super. Ja, war auch ganz gut. So, jetzt ein Drink. Was ist los? Ich guck mal, wenn ich was im Kühlschrank gebe. Ein Machuto, bitte. Dankeschön. Da kann man Leute beobachten. Herrlich. Das ist immer nie langweilig. Es passiert immer was hier, oder? Guck mal, zum Beispiel, wenn da mal Krach ist. Und manche Leute ringen sich auf dem Haus auf. Dann sage ich, seid ihr folgt, das ist ja Lebensfreude. Geht doch schnell vorbei. Ein paar Stunden sind vorbei. Na und? Gehört da dazu. Ich hatte noch einen Schlaganfall für 2013. Aber ich kannte die Hausmeister, die Nummer auch. Ich konnte nicht mehr sprechen. Dann habe ich die Nummer angerufen, den Hausmeister. Ich sage, äh, äh, ich komme. Kamera nach oben, sofort die Feuerwehr gerufen. Und ich bin noch nicht dran. Ich bin noch da. Bitte noch lange. Also alles perfekt. Das ist perfekt. Wir haben wunderbare Sommerfeste da drüben. Ja, das habe ich schon gehört, die kleinen Wut. Ja, ja. Wir müssen, wenn wir wohnen, darüber nachdenken, wo begegnen wir uns denn eigentlich. Natürlich im inneren Kern der Familie, in der Wohnung selbst. Aber wir brauchen auch diese halböffentlichen Flächen. Das wird teilweise auch von den Entwicklern jetzt gewünscht. Weil die sehen, dass eine Nachbarschaft einen Ort braucht, wo sie zusammenkommt. Und zwar in Sicherheit. Gemeinsam und in Sicherheit. Das sind natürlich Flächen, die generieren keine direkte Mieteinnahme. Aber sie sind für unser Glücklichsein wahnsinnig wichtig. All of the great apes, which include us, are highly social and appear to have strong dependencies on social relationships. So it seems to be not so much, you know, something that's specifically human, something that we invented, something that happened after we moved into, you know, isolating cities in a modern environment, but actually something that is pretty deeply embedded in our evolutionary history. Meine Oma kommt aus einem Dorf aus der Nähe von Weimar. Und damals gab es vor den Bauernhäusern eine Sitzbank, eine Feierabendbank. Und von dieser Sitzbank vor meiner Tür aus, da sehe ich zumindest schon mal ganz viele andere Menschen. Da kann ich auch mal irgendjemand anlächeln und jemand lächelt zurück, wirft mir ein Wort zu. Das ist schon ganz viel. Off the go. Super. Unser Kleiner. Der ist ganz lustig. Das ist total praktisch. Die Croissance waren heute Morgen von dort. Ja, die waren die Croissance. So und das hier, das ist der stumme Portier. Der stumme Portier. Das ist der stumme Portier, weil Marseille ist hier ein Frontdesk mit einem Portier. Das hat man hier halt auch nicht haben wollen. Also haben wir hier jetzt jede Straße mit den ganzen Namen. Alle Wohnungen. Das ist aber richtig schön gemacht. Super gemacht. Genau. Und hier ist jetzt tatsächlich auch der Garten, den wir hier haben. Und hier haben wir dann auch so die kleinen Parkbänke mit ein paar Hortensien und so weiter. Das ist jetzt nicht mehr ganz so freckend, aber im Sommer ist es richtig schön. Da sitzen die Leute auch dann tagsüber, abends, plauschen. Man trifft sich hier im Garten. Was ist das? Es gibt eine Glücksdefinition und die definiert Glück so ich, hier, jetzt und Teil von etwas. Teil von etwas Positiven, Teil von etwas, das Sinn ergibt. Ich glaube, dass es so ist, dass wenn wir uns daran gewöhnen würden, dass wir wieder die Geräusche des Nachbarn hören und dass wir Flächen gemeinsam teilen, dass uns das viel glücklicher machen würde. Und das ist, glaube ich, der Paradigmenwechsel, den wir allgemein gerade in der Gesellschaft spüren. Dass der Weg, in den wir hinsteuern zum Eigenheim mit dem Auto vor der Tür, dass das möglicherweise am Ende gar nicht das ist, was uns am glücklichsten macht. Jemand hat mal gefragt, muss man denn von allem Besitz entsagen? Und die Antwort war nicht von den Besitzern, sondern von den Besitzern. Also es geht nicht um den Besitz, sondern es geht um das Hängen am Besitz. Es gibt zum Beispiel wunderschöne Städte mit wunderschönen Plätzen, aber da sind diese schönen Plätze damit verbunden, dass sie dort etwas konsumieren müssen. Das muss man anders denken. Man muss den Stadtraum so denken, dass diese wunderschönen Plätze auch für die nutzbar sind, die nicht konsumieren können, weil sie nicht das entsprechende Geld haben, um sich fortwährend eine Latte Macchiato oder sonst was zu kaufen.